Papa, ich ruf euch, ihr Totengeister. Hört ihr mich? Fussi Hugo Jones, diesmal als Hellseher. Sein Freund Billy dagegen gibt sich mit handfesteren Dingen ab. Gegen Willkür und Gewalt. Atemberaubend und spannend sind die Abenteuer, die Billy, the Kid und Fussi in ihrem Kampf gegen die Banditen des Westens zu bestehen haben. Tollkühen und vorwegen nehmen sie den aussichtslos scheinenden Kampf auf. Gegen eine erdrückende Übermacht von Banditen. Bist du etwa Fussi Jones aus Shonon-Fleets, der plötzlich seine übersinnlichen Kräfte entdeckt hat und allen die Zukunft voraussagt? Ja, der bin ich, Fussi Hugo Jones. Geht weg, ich schieße sonst. Nur nicht so voreilig, junger Mann. Wir wollen dir doch nur helfen. Einer von uns beiden spielt. Ja, du vielleicht, ich nicht. 50.000 Dollar. Da steckt doch was dahinter. Mir machst du nichts vor. Na ja, mit dem Gewehr muss man eben umgehen können. Gegen Willkür und Gewalt. Ein Film von unerhörten Tempo, voller Härte und Abenteuer. Ein Film, den sie nicht versäumen sollten. Was ist denn der Spritze? Nur ein harmloses Stärkungsmittel. Ein harmloses Mittel? Dann werde ich es gleich mal an dir ausprobieren. Nein, 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 ich werde alles sagen. Morgen der Sheriff und ich wollten die Farbe... Ein Film, den sie nicht versäumen. Nein, nein, wir lernen. Nein, nein, his